Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Feed to Beast Tutorial und heute redet sich alles um die Quarry. Für die Leute, die nicht wissen, was eine Quarry ist, eine Quarry ist sozusagen eine Mining Turtle mit dem Befehl X-Quade, das heißt, dass sie sich bis nach ganz unten gräbt und halt alles abbaut und dann in eine Kiste tut. Nur der Vorteil ist halt, dass die mit Energie betrieben wird, also mit EU, und dass die Sachen halt direkt in eine Kiste geleitet werden. So und jetzt erstmal, wie man das Ganze aufbaut. So, als erstes brauchen wir hier für drei Landmarks und die setzen wir so hin, dass es insgesamt ein Viereck ergibt. Und ja, also einen da hin, dann zum Beispiel einen hier hin und einen nach da. Also eine Quarry kann maximal einen Bereich von 64 mal 64 erbuddeln. Und ja, wenn wir dann hier die drei Landmarks gesetzt haben, klicken wir auf die mittlere mit einem Rechtsklick drauf und dann erscheint hier so ein rotes Viereck. Und hier setzen wir an unseren Quarry ran und dann wird aus diesem roten Viereck so ein Absperrbandkasten. Und ja, jetzt müssen wir die Quarry noch mit Strom repowern. Das machen wir mit Electrical Engines. Und die setzen wir einfach so, so und so ran. Und dann müssen wir sie noch mit einem Leather oder halt mit einer Redzone-Fackel betreiben. Und ja, einfach anschalten. Und dann würden sie eigentlich schon Strom pumpen, aber sie haben ja noch keinen Strom. Deswegen schließen wir hier mit Glasfaserkabeln das so zusammen, dass jedes anschließt. Und dann setzen wir hier uns einen Stromspeicher, zum Beispiel einen MFSU. Und an diesen setzen wir dann zum Beispiel eine Solarzelle. Also zum Beispiel ein High-Voltage oder halt irgendwas ähnliches. Es muss aber mindestens zwei Low-Voltage-Solar-Aggregate sein, damit sie durchgängig funktioniert. Und ja, jetzt sehen wir, dass sie hier schon einen Rahmen aus Frames aufbaut. Und ja, wenn das fertig ist, geht es schon los. Als erstes ein kleiner Tipp. Wenn, also die Quarry buddelt sich so weit runter, bis sie entweder auf Lava stößt oder halt auf Bad Rock. Und deswegen als kleiner Tipp einfach in einer Ecke hier unten einen Wassereimer machen. Ähm, so. Und so würde halt die ganze Lava zu Obsidian werden. Und die Quarry buddelt sich wirklich bis nach ganz unten durch. Jetzt erstmal, was wirklich jetzt passiert, wenn der Rahmen voll ist. Und zwar kommt dann da so ein Laserstrahl raus und baut die ganzen Blöcke ab. Und dann wird das hier oben rausgepumpt. Und hier setzen wir zum Beispiel unsere Golden Transport Pipe ran. So, so und so. Und hier können wir dann unsere Kisten ran machen. In das, ähm, ja, in die Kisten werden halt die ganzen Items reingepumpt. So oder so. Oder so halt. Und wie wir sehen, werden hier jetzt die Sachen reingepumpt. Und ja, hier kommt der Laserstrahl raus und alles ist super. Jetzt noch, wenn ihr die Quarry ganz weit von eurem Zuhause weggebaut habt. Und zwar kann man ganz einfach, ähm, ein Item Tesseract verwenden. Und den setzt man einfach hier oben rauf. So. Und dann muss man noch sagen, wie halt die Frequenz ist, in dem das gestrahlt wird. Ich nenne es jetzt einfach mal 23 soll die Frequenz sein. Und dann müssen wir hier hinten, hab ich schon mal was vorbereitet, ähm, ein zweiter Item Tesseract stehen. Und der muss auch auf der Frequenz 23 sein. Und dann sehen wir, dass hier, ähm, die Items gleich rausgeschossen kommen. So und da wären wir jetzt auch schon bei dem nächsten Punkt. Und zwar hier ein Lagersystem. Und zwar kommt aus dem Quarry sehr viel Scheiße raus. Also zum Beispiel Erde oder Gravel oder Cobblestone, was man gar nicht so viel braucht. Deswegen, kleiner Tipp, hier eine Diamond Transport Pipe ranmachen. Und diese kann man halt mit einem Filter bestücken und hier in das rote, weil hier das rote Ende in diese Pipe dort reingeht, ähm, mit, ähm, Cobblestone, Erde und Gravel machen. Und dann wird das halt dort abgezogen und dann in diese Void Transport Pipe rein. Und diese vernichtet halt alle Items, die da reingehen. Und ja, dann noch ein zweiter Tipp hier, ähm, die Krabby produziert halt sehr viele Items. Und würden mal alle eure Kisten voll sein, dann würden vielleicht auch die wertvollen Items, die ganz unten sind, verloren gehen. Deswegen hier auch ein Filter machen, zum Beispiel für Diamanten oder Eisen. Und das geht halt in Blau oder Rot und dann halt in die speziellen Kisten rein. Wenn ihr mal nicht wisst, wie etwas gecraftet wird, dann geht ihr in euer Inventar und drückt R. Und dann seht ihr, wie das Ganze gecraftet wird. Also, ich zeig ihr nicht, wie immer was alles, oder wie alles gecraftet wird. Und ja, ich hoffe euch hat das Tutorial gefallen. Und ja, jetzt seht ihr noch ganz schnell ein Zeitreffer, wie so eine Krabby wirklich arbeitet. Und ja, ich hoffe euch hat das Tutorial gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017